Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Christoph und heute gibt es den zweiten Teil zum Arbeiten mit Netzwerkfreigaben unter Linux Mint. Und zwar der Part, wie man unter Linux Mint anderen Rechnern einen Ordner freigibt. Obligatorisch wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann liked es doch. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann abonniert doch bitte meinen Channel. Und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, dann benutzt das Glöckchen. Wie bereits angekündigt, wollen wir heute mal Ordner unseres Rechners anderen Rechnern im Netzwerk freigeben. Dazu wird im Hintergrund der sogenannte Samba-Server benutzt. Unter Linux Mint haben wir aber das Glück, dass wir uns da nicht großartig um die Konfiguration dieses Servers kümmern müssen. Das Erstellen einer Freigabe unter Linux Mint ist wie gesagt relativ einfach. Es gibt aber einen kleinen Fallstrick bei den Ordnerberechtigungen, den man vielleicht beachten sollte. Und der zweite Punkt ist, das Auffinden des Rechners unter Windows ist genauso nicht automatisch aktiviert oder möglich, wie das andersrum auch ist, dass Linux Mint sozusagen andere Rechner im Netzwerk nicht einfach so findet. Auf beide Dinge gehe ich dann gleich nochmal kurz ein. Dann starten wir mal mit einer einfachen Variante. Wir erstellen einfach mal hier einen Ordner auf dem Desktop, den nennen wir einfach mal frei. Und dann machen wir mal hier mit der rechten Maustaste drauf und wir sehen hier den Menüpunkt Freigabeoptionen. So, da klicken wir drauf. Und da wir jetzt ein ganz frisch installiertes Linux Mint haben in der Version 22, ist auch in den vorhergehenden Versionen so und wird auch in den nachfolgenden Versionen wahrscheinlich so sein. Und da sehen wir, dass im Prinzip, damit er den Ordner im Netzwerk reigegeben werden kann, noch nicht alles im System eingerichtet ist. Zum Beispiel muss hier der Samba-Server installiert werden und Firewall-Regeln müssen hinzugefügt werden. Und das Benutzerkonto muss im Prinzip dem Benutzer SMB-Share zugeordnet werden. Da kommen wir auch darauf. Und da hat Linux Mint das hier sehr, sehr schön gemacht. Indem wir hier einfach auf Installieren gehen, werden diese ganzen Sachen erledigt. Also das heißt, hier muss man, wie versprochen, nichts in der Konsole irgendwie konfigurieren. So, wir sind mal auf Installieren gegangen. Jetzt will er noch ein paar zusätzliche Tools hier runterladen. Die können wir ohne Bedenken mit installieren. So, und jetzt möchte das System erneu stattdiversiert und wissen, dass man die Dienste auch manuell alle starten kann. Wir sind aber Fachidioten, wie man so sagt, und starten das System da einfach mal neu. So, da sind wir wieder. Dann gehen wir wieder auf den Ordner, auf Freigabeoptionen. Und jetzt sehen wir, dass hier keine Meldung mehr unten ist. Und jetzt können wir den Ordner beigeben. Wenn wir den jetzt hier so freigeben, ohne jetzt noch irgendwas anderes zu machen, dann hat nur der Benutzer, mit dem wir aktuell angemeldet sind, also in meinem Fall der Benutzer CS, Zugriff auf diesen Ordner auch übers Netzwerk. Wenn wir mehrere Benutzer oder wenn mehrere Benutzer Zugriff haben sollen auf diesen Ordner, dann können wir hier noch dieses Häkchen setzen. Das geht aber auch nur, wenn diese anderen Benutzer an dem Rechner eingerichtet sind. So, und bei Gastzugriff, dann ist es völlig wurscht, wie der andere Benutzer im Netzwerk heißt. Dann könnte so theoretisch jeder im Netzwerk auf diesen Ordner zugreifen. Das wollen wir natürlich auf keinen Fall. Also empfehle ich nie einzurichten. Wir stellen jetzt die Freigabe. Zugriffsrechte automatisch hinzufügen. Und jetzt hat jeder Benutzer, der an diesem Rechner eingerichtet ist, Zugriff auf diese Freigabe. So, dann machen wir gleich mal einen Test, ob das denn funktioniert. Dann gehen wir mal kurz auf mein Windows 10 Gerät, mal auf die Netzwerkumgebung. So, wir sehen jetzt hier eine ganze Menge Geräte hat er gefunden, aber unseren Linux Rechner hat er hier nicht gefunden. Darauf gehe ich dann auch gleich nochmal ganz kurz ein. Das heißt, hier müssten wir jetzt erst mal entweder den Rechnernamen des Linux Rechners oder die IP-Adresse. Rechnernamen kenne ich. Der heißt einfach MINT3. Und jetzt versuchen wir mal hier auf die Freigabe zuzugreifen. So, Problem. Warum geht das jetzt nicht? Jetzt kann ich ja nochmal den Benutzer und das Passwort eingeben. Und das schlägt fehl. So, hier ist jetzt ein ganz kleines Verständnisproblem für viele. Und zwar, es ist so, dass der Samba-Server eine eigene Passwort- oder User-Passwort-Verwaltung hat. Das ist nicht gekoppelt mit dem Benutzer, der in dem System angelegt ist. Hier finde ich, hätte Linux-Münder nochmal ein bisschen nachlegen können, dass im Prinzip dieses Passwort sofort angelegt wird. So, das ist jetzt ein Fall. Da brauchen wir jetzt doch die Konsole. Ist aber relativ einfach. So, machen wir die Konsole mal auf. Und da wir jetzt kein administrativer User sind, kein Root-User ist, haben wir natürlich auch keine Rechte. Deshalb geben wir den Befehl sudo ein, damit wir uns administrative Rechte holen. Und dann gibt es einfach den Befehl smbpasswd. Passwd. Jetzt könnte man ein A hier machen, dass man sozusagen das noch hinzufügt. Theoretisch müsste der da schon sein. So, A. Und sagt man hier den Benutzernamen. Und jetzt gibt man einfach das Passwort ein. Das erste Passwort, CS, das jetzt aufpassen, das war mein Linux-Passwort, was ich jetzt an diesem System habe. Das fragt er jedes Mal, auch wenn ich das jetzt für einen anderen Benutzer mache. Also sudo Passwort für CS. Aufpassen. Und jetzt kommt erst das neue Passwort. So, Passwort erstellt. Dann gehen wir jetzt mal hier nochmal runter. Und jetzt hatte ich ja das Passwort und den Benutzernamen schon eingegeben. Und jetzt sind wir drauf. Das heißt, wir legen hier einfach mal ein neues Dokument an. Also ein Textdokument. Schreiben da vielleicht noch ein bisschen was rein. So, speichern. Speichern klappt auch. Und machen mal wieder unser Linux auf. Gehen mal in unseren Ordner. Und wir sehen, hier ist dieses Textdokument drauf. Anzeigen. Genau. Und hier ist das Dokument drin. Das funktioniert. Wenn man jetzt einem anderen Benutzer die Freigabe auch zugänglich machen möchte. Das heißt, das kann ja ein Familienmitglied sein oder ein Kollege, wenn man jetzt in einer kleinen Firma ist. Dann gehen wir hier einfach mal kurz in die Benutzerverwaltung nochmal rein. So, das Sudo-Passwort machen wir hier einfach mal hinzufügen. Wir benennen den einfach mal Hans. Einfach teilbar. So. Dann klicken wir den an. Dann müssen wir dem ein Passwort erstellen. Ohne Passwort geht das nicht. Passwort erstellt. Und dann müssen wir den Benutzer noch der Gruppe Samba Shares zuordnen. Wo haben wir es denn? Hier. So, klick. So. Und dann müssen wir wieder in die Konsole reingehen. Hier jetzt Hans. So, jetzt wieder Sudo-Passwort. Und jetzt das Kennwort für den User Hans im Netzwerk. Oh, habe mich gerade vertippt. Erledigt. Damit hat der Benutzer Hans auch Zugriff auf die Freigabe. Damit unser Linux-System in der Windows-Netzwerk-Freigabe hier auftaucht, muss man dem Linux das Windows-Protokoll WS Discovery beibringen. Hier habe ich leider keine einfache Lösung dafür gefunden. Wenn jemand sich dafür interessiert, würde ich da ein separates Video dazu machen. Hier im Rahmen dieses Videos, denke ich, würde das jetzt ein bisschen zu weit führen. Und ist halt auch nichts mehr für den Orthonormal, weil wir dann einige Sachen in der Konsole doch machen müssten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein Like wäre sehr wünschenswert für mich. Wie gesagt, wenn ihr den Channel noch nicht abonniert habt, dann abonniert auch den Channel. Und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, dann gibt es da das schöne Klickchen. Ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Tschüss, euer Christoph.